Kill the Boss 2. Jetzt als Blu-Ray, DVD und digital. Hallo Nick, Retter meines Lebens, Stecher meiner Frau. Das war nur ein Blowjob. Grüßen Sie sie von mir. Leute, das Team ist wieder voll da. Ihr seid voll Idioten. Ich find's gut. Was wollen Sie? Du weißt, was ich will. Ich mach mich kurz frisch. Spezielle Wünsche, Landebahn, harriges Herzchen. Kill the Boss 2. Jetzt als Blu-Ray, DVD und digital. Ich mach mich kurz.